Settle College ist ein Technologie-College in North Yorkshire. Es genießt einen ausgezeichneten Ruf und ist bekannt für seine technologischen Innovationen. Die steigende Anzahl an fortschriftlichen Benutzern und die weite Verbreitung der IT-Branche eröffnen dem College enorme Zukunftschancen. Studenten mit mobilen Geräten würden enorm davon profitieren, überall und jederzeit auf Online-Learning-Ressourcen zugreifen zu können. Consumer Software und Cloud-basierte Dienste würden unerreichte Flexibilität bieten. Studium, Unterricht und Zusammenarbeit wären effektiver als je zuvor. Aber wie kann sich Settle College sicher sein, dass sein Netzwerk den erhofften akademischen Vorteil auf Dauer garantiert? Schließlich gab es nur eine einzige Lösung, Juniper Networks. In fünf Tagen war ein neues 25-Switch-Netzwerk an zwei Standorten einsatzbereit. Schnell, sicher und zuverlässig. Einfach zu verwalten und zu aktualisieren und für alle zukünftigen Anforderungen gerüstet. Studenten des Settle College können nun überall auf dem Campus auf Ressourcen zugreifen. Bandbreitenintensive HD-Videobearbeitung beeinträchtigt die Netzwerkleistung nicht mehr und kleinere, nahezu geräuschlose Switches sparen enorm viel Platz und Energie. All das hat die Leistung verbessert, die Zuverlässigkeit erhöht und die Gesamtbetriebskosten deutlich reduziert, ohne Abstriche bei der Sicherheit. Settle College und Juniper Networks – Technologie für die Zukunft